hallo meine freunde und herzlich willkommen zu let's play coartos eine half life 2 mod und wir starten direkt ein neues spiel und ich hoffe ganz stark ich werde durch das titelied keine content probleme bekommen aber gut ich lasse mal laufen wenn nicht dann nehme ich das ganze ich muss ja dazu sagen ich erzähle einfach mal ein bisschen was ich hatte die mod schon angezockt und weiß so ungefähr was ich am anfang machen soll was auch ganz gut so ist für diese aufnahme denn sonst müsste ich glaube ich ewig lange in die länge ziehen weil jetzt am anfang groß rauszufinden was man da machen muss hatte länger gedauert als ich die mod das erste mal gezockt hatte ich habe sie aber nie durch gespielt ist eine kurze mod ich habe sie aber nie bis zum ende gespielt also schauen wir mal inwiefern das jetzt hier gut oder schlecht ausgeht lade daten mal wieder aber wir wachen jetzt auf jeden fall schon mal auf das ist dann schon mal ein gutes zeichen aber das schlechte zeichen ist uns geht es nicht gut wie man vielleicht an den rand sehen kann wir verlieren blut wenn man auch an unserer gesundheit links sieht und hier haben wir schon mal eine karte wo wir momentan sind hier ist eine tür okay irgendwas mit säure da sind painkiller also ich nenne es jetzt painkiller erinnert mich irgendwie am xp3 diese fläche in zwei stück ich lasse sie aber erst mal liegen da wir noch relativ viel gesundheit haben und wenn man hier guckt ja man sieht mein faden kreuz ich wünsche da raus drauf schaue aber hier da ist etwas und zwar genau hier ist ein safe den machen wir mal auf erst mal die bilder hier wegräumen so erstmal ist hier ein painkiller drin und hier liegt ein schlüssel den habe ich am anfang nicht gesehen ich habe den wirklich ganz ganz schlecht gesehen und damit können wir hier diese türe aufschließen wir wissen nicht wer wir sind warum wir so verletzt sind was wir hier tun und hier ist eine mixtur sondern wir brauchen erst mal gegen den reiniger oder so ist jetzt weiß ich gar nicht mehr wo der war da hinten liegt die eine flasche hier liegt die letzte flasche aber wo lag noch mal die erste flasche da das erstmal rein dann brauchten wir die flasche von hier hinten die flasche so die muss als nächstes da rein denn wir müssen ein gemisch braun um diese tür hier aufzubekommen und ich nehme hier gerade mal painkillers da hinten liegt noch einer warum kann ich nicht nehmen na egal wir haben jetzt erstmal wieder und dann brauchen wir noch die andere flasche die verbirgt sich hier die habe ich auch erstmal nicht gefunden die da so und jetzt können wir das hier nehmen und die tür aufmachen so die geht dadurch jetzt nämlich auf ok in dem raum war ich auch schon ok wir brauchen für die türen schlüssel da ist erstmal ein prank killer achso hier habe ich auch ewig gesucht das schlimme ist wenn man halt stirbt man klar man ist dann halt tot ja man fängt halt jedes mal von vorne an so hier ist ein fenster why there is no fucking window handle genau und diesen window handle müssen wir jetzt finden und der ist nämlich hier oben versteckt so aber den haben wir jetzt auch schon mal also dran und fenster auf langsam rausgehen nicht runterfallen ich bin runtergefallen ok da ich jetzt nicht mehr hochkommen kann ich mich auch direkt hier an den tod stürzen aaaaaaah bämms platsch sturzschäden shit doch eins zu weit runtergefallen das ist natürlich pech ok lade daten aber wir fangen aber hier wieder ein fenster an ok da gibt es einen wow darkness und ice da gibt es einen patch für die mod hier die den schwierigkeitsgrad glaube ich verringert beziehungsweise checkpoints einfügt na komm geht er rein achso ich musste auch erstmal das Fenster aufmachen ok erstmal hier den medischrank auf denn da ist verbannt so jetzt verlieren wir zumindest keine gesundheit mehr ähm wir brauchten aber ja noch einen ah ich habe eine taschenruppe cool äh wir brauchten noch einen schlüssel hab jetzt doch noch ein medikit drauf geholt so da ist nix drin abgeschlossen ähm war der nicht hier irgendwo ähm shit wo war der zweite schlüssel da müll einmal liegt da zack erst mal in die tasche gesteckt das ist schon mal gut und jetzt hier wieder raus kommen ohne abzustürzen bitte um die ecke oh 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 nicht abstürzen so jetzt kommen wir hier wieder rein ok ich mache mal die taschenlampe aus das ist jetzt hell genug und jetzt können wir hier die putze aufschließen oh mein gott wo ist das ja wer ist das wir haben das gesicht schon mal gesehen nein ähm weil der ist weil der ist entlagt wow wow alter hab ich mich gerade erschrocken hu okay wir brauchen einen schlüssel der weiß noch wo er ist der weiß auch noch wo er ist und zwar hier, wir müssen die Couch verschieben und da ist eine Pistole der Schlüssel ist das noch irgendwas? nein ne, sonst nix, okay und wundert euch nichts über die Grafik die ist so aber wir haben einen Schlüssel jetzt können wir die Tür hier aufmachen können wir Aufzug fahren hoch oder runter ich nehm mal einen runter die Tür ist auch zu okay, ah ne, halt dann gehen wir mal runter halt, runter rollt mir da kann ich nicht lang gehen wow, was ist das jetzt? ladet Daten Notcred auf der Rebuilding keine Ahnung was das heißt nicht dringend Plätze 4, negativer Bewegung Prodinaten weiter durchstreif verdreut der von mir verdreut der von mir die Tür bei 8 Meter die Tür und richtig drei Grad die Tür 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 Oh, die werfen Mails. Schweine! Ah, nice. Falltortung. 73% noch. Stirb! Wer? Oh, shit. Swat ist da. Nimm das. Okay. Den haben wir auch. Darauf achten wir, die Nades werfen. Die Musik ist relativ motivierend. I need a car to get out of here. Das nicht? Hier das Bullenauto. Ich geh mal davon aus, weil das ist das einzigste, wo man reingucken kann. Nein. Bleh. Nee, auch der Truck hier nicht. Aber wir kommen doch sonst irgendwo raus. Oh, jetzt lädt wieder irgendwas. Lade Daten. Ach, das war's schon. Na, jetzt hört mein Auto schnell mal an. Es wird jetzt weitergehen. Auf jeden Fall sind wir schon mal geflüchtet. Oh, wir sind mit dem Auto weggefahren. Das hier kenne ich jetzt noch nicht. Also das ist schon blind. Hoffentlich kommen nicht nochmal so Finde-Sachen. Was Gott, wie lange ich gebraucht habe, um den Schlüssel unter der Couch zu finden. Aber gut, da war's ja dann, sag ich mal, relativ einfach unnäßig am Husten. Na gut, wir sind immer noch verletzt. Wir haben uns ja nur verbunden. Aber man hat ihn ja die ganze Zeit mal zwischendurch husten hören. Ich hoffe, hier auf YouTube auch, weil das Husten war relativ leise. Okay, was ist das? Oh nein, Unfall gebaut. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder am Bluten und wieder schwer verletzten. Ah, wir kommen ins Krankenhaus. Wir loosing him und plötzlich stehen wir am Bett. Aber hey, wir sind nicht verletzt, kann ich hier speichern? Spiel speichern. Okay, speichern wir mal eine Runde. Nicht verwendbar. Auf jeden Fall eine Bluttransfusion bekommen. Ich würde aber sagen, auch wenn der Part jetzt relativ kurz war, hier am Krankenhaus machen wir im nächsten Part weiter, Leute. Also bis dahin. Ciao, ciao. Hallo meine Freunde bei Part 2 von Let's Play Comatose. So, wir sind im letzten Part aus dem Bürogebäude geflüchtet und haben da einen Autounfall gebaut und befinden uns jetzt im Krankenhaus. Ja, ich frage mich ja auch, warum hat die Polizei auf uns geschossen? Na gut, die Polizei wollte uns verhaffen, im Endeffekt waren wir bewaffnet. Ich habe ja mehr oder weniger die Bullen erschossen. Aber ich nehme an, der hätte uns mit seinem Elektroknüppel totgehauen. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber jetzt machen wir weiter. Abgeschlossen. Oh. Und da gibt es auch schon wieder schwarzen Bildschirm. You crash the car across and take to a local hospital because of... Wir haben Kopftrauma und nach dem Unfall der Litten... Was? Wir sind aufgewacht einen Monat später und haben eine Krankenschwester getötet. Okay, wir sind jetzt in einem Gefängnishospital oder Krankenhaus. What the fuck? In der Fall fangen wir schon den zweiten Part an? Nee, das war's jetzt. Ja, ich war der Star. Oh yeah. Schon vorbei? Ich habe so einen zweiten Teil von... War's das? Man, ich hätte den Mod gerne weitergespielt. Oder hätte er jetzt gerne gehabt, dass er noch länger geht. Na, dann werde ich das zu einem Part zusammenschneiden, so leid man es tut. Ich wusste, was Devil May Cry, das Heimals kam. Ich hätte jetzt... Ich wäre schon wusster, dass die Mod nicht allzu lange ist, einfach nur so kurz. Devil May Cry 4. Und das war's jetzt? Oder wie? Oder was? Oder passiert da jetzt noch was? Max Pan 2, The Fall of Max Payne. Okay, das scheint... Dann wollen wir noch ein bisschen Werbung für andere Spiele. Max Payne 2 war übrigens mein Lieblings-Max Payne-Teil. Was? Was? Streetlight Manifesto. What do you mean? Of course. He's in here. He's in Slash. While I speak. Okay. Special Science Game on the... Was? Vision Yakov. Also, I'm not speaking. Na, jetzt schauen wir uns das wenigstens noch an. Christopher Jones, Nightmaus 2. Also, die Entwickler haben ja auch mitgemacht. I've been talking to the Rock Studios. Okay. Komma Toes. Ja. Das war der Mod. Well, gut, Leute. Dann unterbreche ich das hier einfach mal. Ich nehme mal nicht an, dass dann was passieren wird. Und dann sehen wir uns in der nächsten Half-Life 2. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.